hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von inscription wir sind jetzt beim opfern dran mal gucken vielleicht kann ich die katze da müsste eigentlich schon endlich sind oder wir kommen zum piquex bedönt warum klaut er mir schon über liebe ich finde das kacke ja das ist immer der gleiche satz anscheinend so wir kriegen ein eischöntchen und noch ein paar karte und wir haben dummy gekriegt das ist doch schon jetzt ihn hierhin spiel dummy hier spielen auf der knorre heim und das war es dann erst mal so ich habe noch ein eischöntchen und das war es dann erst mal spiel noch ein kaninchen ninja immer noch ein paar karten oh die katze ja das ganze gepäck weg oh jetzt bin ich mal gespannt was mit der karte in der mitte passiert wenn er die jetzt zu gold macht ob ich die jetzt wieder auf die hand kriege äh ich nehme noch ein eischöntchen nein ich habe sie nicht auf die hand gekriegt siehst du mal das ist doch schiss postzeit mhm natürlich stinkewanse stinkewanse das tut weh ja klar tut's weh ich krieg nur fell und blödsinn ok jetzt müssen wir clever sind das bringt nichts das ist nicht was ich will ok jetzt hätte ich lordi aber es bringt mir nichts ziehen wir noch ein eischöntchen nach was soll das eigentlich gewesen sein oh schade mehr als wir brauchen nice hm hm wir kriegen wieder eine spezialkarte äh ich glaube ich nehme das und weiter geht's nächste karte ich glaube ich die links um rechts rum ist besser der ringwurm kagalage ich glaube ich nehme den ringwurm mit aber ich will was gucken was zeige ich da mir als bild an vielleicht kann ich das diesmal machen spärling spärling habe ich keinen so jetzt muss ich für eine opfern geld ich nehme den ringwurm eine knochenkarte normale begegnung normale begegnen er steht der moschee hochkant so was haben wir hier vorne es ging der schwanz verliert gut dann haben wir die nummer aus man die gottes anbieter ne mentis gott und sie dann erstmal fertig klar das hat mich jetzt die mentis gottheit gekostet aber was kommt denn da jetzt noch gifte wenn wir gleich meine in die füße gestellt karnische fälle noch durch out ja der wolf bringt mir jetzt nicht so viel das ist jetzt ja ich muss ihn jetzt kaputt machen und schaue ich das gleich verlor ich habe es verlor ohne lämsche aus na klasse ich koste zwei das wäre halt jetzt ein bollwerk ich nehme lieber noch das bollwerk mit mhm schnitzereien nice ja ich kriege jetzt was tolles abtauere alles kacke alles irgendwie kacke ich nehme den kopf mit mach die kombination weil die eichhörniger funktionieren und dann wenn ich den körper nehme vom das haben wir schnell wenn er mehr knochen macht danke klasse gezogen ja wenn ich mehr knochen hätte ah ok sie isst ja ein sekt uuuh ok der macht der macht gar nix die ameise ok und wenn dann muss ich ganz außen gut äh so ringwurmotor hier kann ich nein den kann ich so nicht schade oh ja ich wollte eigentlich der haare habe aber ist in ordnung so jetzt kann ich doch ihn und ihn weg opfern und ihn hinsetzen weil er hat jo das ich komme immer wieder ich komme immer wieder i'll be back ja wir haben gewonnen und wir kriegen wieder karten lolli 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 nimm er mit oh jetzt haben wir den pilz wo hatten wir doch vorhin das schon das problem ja wir nennen beide wo hab ich ja ich hab zwei kaninchen und nu macht der aus zwei aans oder was zieh weg au okay sie sind jetzt eins ouch ich gehe nur rechts weil die begegnungen sind immer ein bisschen übelst jay ne knochenmünze und gleich wieder auf der starthand der dreckskaninchen fäll so nur weil ich es kann so das jetzt war jetzt gerade gar nichts hm komm au aah möchtest du gerne ein neues auge ja bitte das sieht auch witzig aus ich glaube das nehme ich wohl mit diesem zufrieden ja ich denke schon man sieht eigentlich klar karte suchen oder karte na man suchen karte binenstock äh was macht das ähm wenn um diesen siegel äh äh was getroffen wird entsteht eine biene auf deiner deiner hand und die karte der biene ist definitiv durch eins eins gesundheit okay da kann halt irgendwas bei rauskommen und vögel ich hab ein knochen wieder mehr das war doch schon mal ein ganz gutes ding zack eine runde und klein alles weg alles weg es ist zwar nur verteidiger aber ein schönes bollwerk sind die karten sind schon geil gemacht die du und dass die sich immer anders stellen ich glaube ich werde links rum gehen weil du es für eine schnitzerei so aber erst mal raus ich will wir noch mal gucken ja das spärling habe ich halt nicht das ist bestimmt auch irgendein rätsel gut links rum prüfungen bestehen mit spezialfähigkeit habe ich viele er kostet halt sauviel der ach ich glaube ich nenne man kann ihn schon bauen mit so schnitzerei ich bin gespannt was kriegen wir dann das ist bewegen ich glaube desto nehme ich nur mit und mache das für die insekten drauf und gucke ob es was bringt abwarte so normale begegnung ein knochen ist schon wieder gut okay was haben wir denn da haben die vogel und dann in der mitte gut ich setze den jetzt erstmal hier hin und das kaninchen teil mache ich nur hier hin das sind schon mal drei schade die er frisst das sind drei schade ich schätze wir frisst und das problem ist desto kann ich nicht opfern jetzt setzle ich glaube das war es für mich jup i'm dead i'm of diät aber ich habe hier noch ein lämpchen da kriegen wir nochmal zwei karte ja dann kriegen wir nochmal karte so ich will die nehmen die sieht witzig aus lagerfeuer uh wir können was upgrade äh äh ja könnte witzig sein ne 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 noch ammo aber jetzt jetzt reicht's ne 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 sonst ist er nämlich gehabst sonst ist er nämlich gehabst das habe ich nämlich gelesen so ei ei okay dreckvieh ne kann nuckel ne kann nuckel so jetzt nehme ich ein ei scheine das das so da wo ist da kom Das bringt mir gar nichts Ich bin verlor Glaser Fuck Der macht mich jetzt platt Ich hab kein Items Ja Das war's Und schon müssen wir wieder tot Och nö Es hat doch so gut ausgeseh Naja was soll's Ich darf wieder eine Karte basteln Nice Äh End Äh 6 könnte mit sich sein Und der Maulwurf Mensch Herr Maulwurf Mann Äh Äh Wie nennen wir den dann Lord Ja ja Und schon sind wir wieder tot Gut Ist aber dumm Ich möchte gerne mal weiterkommen Aber mit der Karte Wie ich sie ziehe Oder wie ich spiele Ist irgendwie kacke Naja aber wenigstens Hab ich den Hage Immer wieder aufs Neue Ja guck nicht jemand da drauf Sonst dreht er bald am Rad Ich stehe deine Aufmerksamkeit Auf das Spiel Ja warum wird Danny ausgetauscht Ach Fuck So Aber in diesem Sinne Bedanke ich mich bei allen Beteiligten Für euch fürs Zusehen Schon wieder genauso viel Spaß wie ich Haut rein Den nächsten Tag Und Tschüss